Hallo G-Crane, wie geht's dir? Willst du mit uns Verstecken spielen und die Zahlen lernen? Sehr gut, dann lass uns loslegen! Okay G-Crane, geh rüber zu dem großen Baum und schließe deine Augen, damit deine Freunde sich verstecken können. Jetzt lass uns deine Freunde finden und deine erste Zahl lernen. Nimm die Nummer 1 mit. Sehr gut G-Crane, du hast Tructal gefunden. Das ist ein Freund. Kannst du noch einen Freund finden? Okay, auf geht's! Sehr gut G-Crane. Krusty ist Nummer 2. Lass uns Nummer 3 finden. Gute Arbeit G-Crane, du hast Torch gefunden. Das macht 3 Freunde. Lass uns jetzt die Versteckte Nummer 4 finden. Großartig, du hast Wheelie-Fund gefunden. Das macht 4 Freunde. Die Versteckte Nummer 5 ist der letzte. Sehr gut G-Crane, du hast Bill Dozer gefunden. Das sind 5 Freunde. Du hast heute viele Zahlen gelernt. Bis bald, meine Freunde! Hi Leute, wie geht's euch? Wollt ihr ein Spiel spielen und dabei die Zahlen mit mir lernen? Sehr gut, dann lasst uns loslegen! Okay, dort stehen 5 rote Hütchen und 5 blaue Hütchen liegen auf dem Boden. Wheelie-Fund, du musst die roten Hütchen umwerfen und Bill Dozer, du musst die blauen Hütchen aufstellen. Torch, hol dir die Pfeife! Okay, Wheelie-Fund, wenn ich los sage, wirf so viele rote Hütchen um, wie du kannst. Und Bill Dozer, wenn ich los sage, hebe so viele blaue Hütchen auf, wie du kannst. Und wenn Torch in seine Pfeife bläst, müsst ihr beide stoppen. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Stopp! Lasst uns die Hütchen zählen. Wie viele Hütchen hast du, Wheelie-Fund? Eins, zwei. Sehr gut, Wheelie-Fund! Zwei rote Hütchen. Jetzt bist du dran, Bill Dozer. Eins, zwei und drei. Drei, drei blaue Hütchen. Zwei rote Hütchen und drei blaue Hütchen, das macht fünf Hütchen. Sehr gut, ihr drei! Ihr habt heute viele Zahlen gelernt. Bis bald, meine Freunde! Hi, Bill Dozer! Wie geht's dir? Möchtest du mit uns heute die Zahlen lernen? Okay, Bill Dozer. Lass uns deine erste Zahl lernen. Schiebe einen blauen Würfel in den Laderaum des ersten Migos. Sehr gut, Bill Dozer! Jetzt lass uns zwei gelbe Würfel in den Laderaum des zweiten Migos schieben. Gut gemacht, Bill Dozer! Das sind zwei! Unsere nächste Zahl ist drei. Hi, kannst du drei rote Würfel in den Laderaum des dritten Mügels schieben? Okay, auf geht's! Gute Arbeit, Bill Dozer! Unsere nächste Nummer ist vier. Grandios! Unsere letzte Nummer ist fünf. Kannst du fünf lilane Würfel in den Laderaum des fünften Mügels schieben? Gut gemacht, Bill Dozer! Du hast heute viele Zahlen gelernt. Wollen wir sie nochmal durchgehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bis bald, meine Freunde! Säuret! Halled at! Wir haben uns zwar�ergended versucht,